Willkommen zurück auf meinem Kanal. Am Dienstag hatte Fernando Alonso seinen Rücktritt aus der Formel 1 bekannt gegeben. Da war es McLarens Aufgabe, einen passenden Nachfolger zu finden. Keine 48 Stunden später haben der britische Rennstall und der Spanier auf Twitter offiziell verkündet, dass Carlos Sainz Jr. sein Nachfolger wird. Der Spanier, der von Red Bull an Renault ausgeliehen wurde, schloss mit dem Team einen Vertrag über mehrere Jahre ab. Bis zu welchem Jahr genau, ist nicht bekannt. Für ihn ist es ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht. Er freue sich auf das nächste Kapitel seiner Rennkarriere. Der 23-Jährige wurde auch mit Red Bull in Verbindung gebracht, nachdem dort Daniel Ricciardo seinen Vertrag nicht verlängert hatte und nächstes Jahr zum französischen Werksteam wechselt. Sainz ist schon seit langem McLaren-Fan und freut sich, in die Fußstapfen seines Vorbildes Alonso zu treten. Auch CEO Zig Brown ist sehr glücklich darüber, dass Sainz zu den Briten wechselt. Wer Sainz' Teamkollege wird, wird später bekannt gegeben. Es wird entweder Lennon Norris oder Stoffel Van Dorn. Damit ist der Spanier der siebte Fahrer, der 2019 ein Cockpit hat. Was haltet ihr von Sainz und McLaren? Meinungen dazu in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Hat's euch gefallen, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Bis morgen zu einem neuen News-Video. Ciao!